Herzlich willkommen in Dienstlaken in der Heiliggeistkirche. Hier werden wir am Sonntagmorgen einen Gottesdienst feiern um 39. Wir feiern den Weißen Sonntag, der auch der Barmherzigkeitssonntag ist. Es wird um die Liebe Gottes zu uns Menschen gehen. Ich bin Dechern Gregor Kauling und ich würde mich freuen, wenn wir uns am Sonntag wiedersehen.